Habt ihr schon mal in einem Live-Call mit irgendjemandem euren Sippy gezeigt? Nein, gar keinen. Oh, Schicht. Das heißt nicht, Omegle irgendwas öffnet. Das kann auch sein, einfach mit einer FaceTime mit einer Freundin oder so. Auch Nudes verschicken. Ich habe große Angst davor. Erstmal Live-Call, irgendjemand? Ich glaube nicht, ne. Du hast schon alles gemacht, ne? Ich habe alles schon gemacht. Du hast alles. Irgendwas so als Datei, würde ich auch niemals machen. Hast du alles gemacht? Alles. Volle Möhre. Irgendwie mal in einem Live-Call mit irgendeiner gefacetimt und dann mal kurz ein Sippy geleakt oder so. Eduard, du hattest 100%. Eduard, sag doch ehrlich dann. Ich bin glücklich vergeben. Ja, ist in Ordnung. Aber hast du? Die Antwort auf alles, wenn zum Beispiel um Mädels geht, ist immer nur, ich bin glücklich vergeben. Ja, also, okay, cool. Ich habe Angst davor. Ich habe ganz große Angst. Und auf Snapchat oder WhatsApp. Wie machst du Schwanzbild? Ja, nicht so. Nicht so, ne? Ne. Nur gefragt schicken, bitte. Ne, mach das nicht. Also nicht mit irgendwelchen. Also mit so ganz engen Leuten, mit denen man so richtig nah ist. Also mit so irgendwie Partnern. Ja, aber nicht. Ich mache das nicht mit irgendwelchen Randoms auf Insta oder so. Mit yourself. Gut.